9 Meter, der ist da oben. Also der Ober ist oberhalb von mir. Andere, weiss ich nicht. Es hat mich noch keiner gesehen, aber das wird sicher gleich passieren. Aber die Halle, wie die wieder aussieht. Ah, nein. Es kommt ein grosser Knall. Ich höre die ganze Zeit Schritte hier. Ah, das ist der Kommandant, der... Wo ist es? Da oben? Ist doch gehört. Okay. Hier ist nichts. Ne, da ist ja... So. Der war dann weg. Gut. Mal die Map anschauen. Das ist ja riesig hier. Aha. Nein, wir gehen da noch was raus, oder? Bevor wir hier reingehen. Da haben wir nämlich... Der andere rettet. So, jetzt werfen wir da. Ah ja. Die beste Granate, die ich je gesehen habe, war das. Gibt es wieder Hundefutter zu essen? Nichts. Das gab es im letzten Teil. Und wieder merkt es einfach keiner, dass wir hier die ganze Festung auseinander nehmen. Das haben wir alles. Das haben wir alles. Burg Wolfenstein. 1946. Der Kalender. Hier. Sieht einfach geil aus. Geil gemacht. Wieder haben wir... Ja... Zwei Wege, die an ein Ziel führen. Hier hinten lang, genau. So. Ja, hier hoch. So. Weshalb müssen wir denn wieder hier lang? Hm. Oder müssen wir überhaupt hier? Ah doch, hier geht's weit. Ah. Nein, hier geht's nicht weit. Ah, hier hinten. Okay. Nehm ich hier wieder mal in den Lüfterschacht rein. Ist das ein Aufzug? Ah, hier können wir die Wand durchbrechen. Aber was das ist, würde ich mich noch... Ah, you found a secret area! Uh. Jetzt dachte ich schon, ich hab's wieder mal... Oh. Und was können wir denn hier? Ne, da freue ich mich ja darauf. Wenn ihr's nicht wisst. Hier. Das Bett. Hier kann man einen Albtraum erleben. Und dieser Albtraum. Das ist auch mal wieder etwas geiles. Genau. Und zwar. Das ist das alte Wolfenstein 3D hier. Das sah genau so aus. Mit dieser Musik. Und das haben sie schon in den New Order eingebaut. Und auch hier wieder. Dem anscheinend nach. Und so war eigentlich der erste Shooter entstanden. Das kann man so sehen. Ah, zu geil. Ich mich freue, dass ich den gefunden habe. Ich hab's schon irgendwo gelesen, dass es anscheinend wieder eingebaut ist. Und jetzt. Hier hat es auch wieder verschiedene Türen, wo man durchlaufen kann. Und zwar schon immer ein wenig so. Wie man sieht. So gehen wir hier an. Das ist einfach schlichtweg 2D. Ah, ich feiere das. Also ich hab jetzt selbst im echten Liegen gespielt, weil ich gar nicht so alt bin. Und wie da der Körper mit bewegt, dass es 3D quasi aussieht. Einfach geil. Ah, freu ich mich. Und hier ist nichts. Und ich dachte mir zuerst noch. Ach, wieso bist du so ein Depp und springst einfach hier runter. So. So. Natürlich, die sind natürlich sehr verpixelt. Da ist ja klar, das war ja. Äh, wann. Das war, wann, wann. Äh, frage mich gerade. Hier komme ich nicht durch. Okay. Da hinten können wir nicht hingehen. Ist das nicht möglich? Und dann vielleicht doch irgendwie. Der brummt nicht. Ich feiere es. Das blöd ist, man sieht nicht mehr, wo wir herkommen. Aber jetzt schon die Orientierung verloren. Ja, das ist doch ein richtiges Essen hier. Gut, das mit dem Fässer ist ein wenig blöd gemacht. Aber ja. Kann man nicht lang laufen. Ah, die Musik. Einfach geil hier. So. Jetzt. Wir kommen von dort. Da sind wir noch nicht hingegangen. Da aber auch nicht. Ah doch, von da kommen wir. Äh. Dann sind wir dort noch nicht hin. Und da auch noch nicht. Äh. Und es ist glaube ich sogar mehrmals im Spiel in den Griff. Also eben, wenn man so äh, secret Sachen findet. Ich gehe immer auf die Bilder zu. Weil hinter den Bildern war teilweise auch noch etwas. Hm. Das ist auf jeden Fall ein anderes Level. Als das letzte Mal. Hm. Ah, die Auswahl ist so gross. Und man überall hingehen könnte. Ah, das wird die andere Tür sein. Ah, von hier komme ich. Von hier komme ich ja. Und hinter, hinter ein paar Bilder, war, sind eben noch so secret. Ups. Und hier sieht man, damals hatte es gerade noch. Also ja, das war es aber schon manchmal. Hier war sogar noch ein Portrait abgebitzt. Das war da doch ganz legal. Oh, den kenne ich noch nicht. Den müssen wir uns vielleicht mal so erredigen. Ist nicht mehr so ein einfacherer, äh. Schuss. Wie geil. Okay, mach. Und die sind einfach so mal so geil. Und. Integrieren das einfach mal hier. So. Jetzt war hier noch die Tür. Das war die andere. Hä? Jetzt komme ich eh gültig nicht mehr draus. Gut. Gehen wir hier lang? Gehen wir hier drüben? Haben wir hier schon? Ah, hier gehen wir wieder. Wie gehen wir wieder zurück? Was war genau? Der Boden, die Decke ist einfach grau. So. Und die Lappen hängen quasi einfach in der Luft. Aber ja, für den ersten Shooter war das nicht schlecht. Also ja, richtig. Oh, gut. Ja, das hier auch. So. Wir lassen die etwas falsch dicht. Ja, und das war eigentlich die Grundlage des, des heutigen Shooters. Was ist denn das? Das würde heute gar keinen Sinn mehr machen, oder? Hier einfach mal... Da könnte man die Story gar nicht mehr verkaufen, oder? Heute braucht es ja auch eine richtige Story, sonst ist es ja nichts. Tote. Aber für früher war das etwas. So, jetzt hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Gut. Gehen wir hier weiter. Nein, hier ist auch nichts. Oh nein! Jetzt muss ich wieder zurück. Oh, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Also, jetzt mal hier zurück. Scheisse. Wie die Musik geil ist hier. So. Hier durch. Da kommen wir in den grossen Raum. Jetzt gehen wir hier lang. Genau. Wo war das da? Hä? Ah, hier ist bereits das Level fertig. Kann man hier erst auschecken, wenn man alles erledigt hat? Okay. Das haben wir wohl noch nicht erreicht. Hm, aber wo dort sonst? Also das wäre hier. Wir kommen wohl dort. Dort ist auf jeden Fall nichts. Also hier. Hier waren wir doch nicht gut. Ah! Old Silver. Kann man hier auch noch... Ah, do you want to wake up? No. Natürlich nicht. Aha. Das Old Silver wird dann wahrscheinlich... Wahrscheinlich nachher verliehen. Wäre ich mal an. Der hält so viel aus hier. Die anderen sind so ein paar Luschen. Die gar nichts aushalten. So. Und überall Old Silver. Ah, da braucht man das dort... Und einen Schlüssel. Das mal haben sie es richtig cool gemacht. Weil letztes Mal war es nur so ein Level, wo man... Ja, so wie das mal. Sorry für den Ton. Aber so wie das mal, wo man... Einfach durchspartiert ist. Ja, es genossen hat natürlich. Von da kommen wir. Jetzt geh ich mal hier mal. So, jetzt nehmen wir wieder die anderen. Mit zu viel Munition verbrauchen wir hier. Die Tische. Es ist einfach so cool, wenn sich alles mitdreht. Weil man damals... Für damals... Weil das natürlich ein hartes Stück Arbeit so etwas... zu programmieren. Ah. Ich geh nochmal zurück. Für den anderen Raum noch. Sehen. Und zwar wir waren da da da. Aber hier noch nicht. Wahrscheinlich wird es der gleiche sein. Genau. Der gleiche. So. Schon wieder voll. Okay. Hier kann er drin. Hier noch nicht. Wie gross das es diesmal ist. Jetzt kann ich ja nur einmal spielen. So lange wie das geht hier. So gut. Ich spiele auch so, dass ich alles sehen will. Natürlich. C war das? X. Genau. Irgendwie den mal noch weg da machen. So. Hören wir mal auf den... Alter. Was ist denn das für ein... Lebsau mal die Patzer und gar nicht an. So. Wieder gestreckt. Wasser. Hundentod. Das gab es da schon. Das gibt es ja... Äh... Heute noch. Das haben sie... Alles so Sachen haben sie drin gelassen. So. So. Funktion mitnehmen. So. Hier war ich. Ach das war der Raum. Gut. Wenn ich dann nur noch weiss wo ich da sollte ist. Alter. Äh. So komm jetzt. Stirb so. Hier finden wir wieder eine Reihe von Old Silver. Den Ton kann man nicht hören. So. Jetzt nimmt es halt Wunder was man mit dem kann. Nächster Raum. Wie das Spiel einem noch sagt. You found a secret room. Wie man sich dann schon riesige Hoffnungen macht. Was man gefunden hat. Dann ist das so cool. Äh. Unglaublich. Ah hier ist... Hier können wir jetzt rein. Schauen wir hier hinten noch was um. Flüssung haben wir fast keine. Aber ja. Dann nehme ich die andere Waffe. Ah das... Es ist nervig diese Töpfe. So. Jetzt kommt wahrscheinlich das ganze Finale hier. Genau. Hier. Ah ne. Das wars schon. Das war der Albtraum. Boah der machte mir wieder mal Spass. Super cool. Hier will ich grad noch was gehen. Nein. So. Und wir sind wieder hier draussen. Haben wir jetzt das Old Gold eingesammelt? Nicht... Äh Old Silver war es. Hm. Frag mich. Für was das jetzt da... Haben sie das einfach nur so reingetan oder... Ah oder wahrscheinlich in der Statistik kann man es irgendwo herauslesen wahrscheinlich. Falsche Seite. Okay. Hm. Ich renne schon wieder falsch. Dann hier hoch. Einmal um... ...den ganzen Saal herum. Boah das war jetzt geil. Echt. Dann gingen wir hier und dann hier runter genau. Dann sprang ich ja hier runter. Aber dabei können wir auch hier oben. In dem richtigen... Wir können sie sogar erliessen. Die Mauern aufbrechen. Genau nur hier ist sie natürlich mal rot. Hallo. So jetzt geht's.